ARD Text im Auftrag von Funk Wir packen das! Auf 3! 1, 2, 3! Das ist Leon Saldo. Leon kommt aus Hannover, ist Offensivspieler. Und jetzt? Was ist der Plan? Erste Mannschaft, nicht so sehr. Wir haben jetzt eine Spielewohnung für dich. Das war für zwei mit Leon zusammen. Pizza und Bier? Ja. Und danach noch einen kleinen Joint, oder? Spass! Hey! Ich höre auf! Man hat sie beobachtet. Der Vorstand ist vor allem re Interessiert, dass von dieser Sache nichts nach aussen dringt. Egal, wer was sagt, egal was passiert. Ihr seid nicht schwul. So müsst ihr das vertreten und kompromisslos durchziehen. Spiel mit Fußball, wie wollen Profis werden? Das geht nicht. Was geht nicht? Wir haben ein bisschen zusammen oder nicht? Wenn wir es an... Fuck! Die provozieren nun! Ander oder andere nicht? Nein, wir nehmen nichts! Bitte. Willkommen in Hamburg! Eigentlich! Bis zum nächsten Mal.